So, da sind wir schon bei einer anderen Aufgabe, nämlich, zack, 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 oh Gott, hier sind so viele Aufgaben gerade bei mir, vorerst hatte ich gar keine, nämlich Fügelgegnern Schaden zu für die Schatten-Ruby-Pick-Ax, den Schaden habe ich jetzt gerade gemacht, also vorweg, ihr müsst den nicht bei Gegnern machen, sondern nur Fügel-Schaden zu, bedeutet auch, das Ganze funktioniert bei Wildtieren, also ich habe nämlich gerade den Bogen dabei, musste eh Bogenschaden machen für die Tagesaufgabe, wie ihr hier unten drunter seht. Und dadurch habe ich die Aufgabe nämlich auch schon erledigt, dann bin ich auch gerade noch quasi am Überleben, damit ich quasi die 500 Überlebenden habe, um den Skin komplett freizuschalten, aber ich gehe gerade hier raus, auch wenn ich die Runde gewinnen könnte, ja, aber ich will euch natürlich zeigen, wie die Pickaxe aussieht, ist natürlich klar. So, dann gehe ich nämlich ganz schnell raus und ich hoffe, sie ist jetzt direkt da, ach, 300 V-Bucks auch noch bekommen, das ist noch von dem anderen Paket, hallo, wo ist meine Pickaxe? Eieiei, da ist die Pickaxe, das ist die gute Pickaxe von der Schatten-Ruby, hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, dass man schön im Bild sieht, aber hat nicht so ganz funktioniert, aber so sieht die halt aus, Werkzeugeffekt, ist jetzt nicht so der Burner, würde ich sagen, aber wie gesagt, ihr könnt einfach nur Schaden machen, auch an Wildtieren und auch so könnt ihr die Pickaxe freischalten. Wenn ihr wissen wollt, wie auch ihr das Paket bekommt, guckt einfach bei mir nochmal auf dem Kanal nach, da habe ich eben ein Video hochgeladen, wie auch ihr, egal ob Switch, Handy, was haben wir noch, Xbox, Playstation, egal was, ihr könnt auf jeden Fall den Skin bzw. das Paket auch erhalten, guckt einfach euch das Video an und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.